Herzlich Willkommen zur Saison 2022 der Goodkeer FIA European Truck Racing Championship. Herzlich Willkommen in Misano Adriatico, am Adriatischen Meer. Wunderbares Wetter, tolle Fans und heißer Truck Sport wird uns begleiten. Für mich ist es das zweite Mal in Misano. Ich mag die Strecke. Im letzten Jahr war es ein nettes Wochenende für mich. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass ich um die Top 6 kämpfen kann in diesem Jahr. Ich denke, wir können um den Teamtitel mitkämpfen und auch den Promotors Cup. Und auch den Grand Merkert. Wir sind sehr glücklich, dass wir zurückkommen. Wir sind sehr glücklich, wieder zurück zu sein. Wir hatten das Ende der letzten Saison hier in Misano und wir starten hier in Misano. Es ist tolles Wetter. Die Atmosphäre ist gut. Die Stimmung ist gut. Jeder ist gut vorbereitet. Aber ganz besonders ist, dass wir eine neue Ära starten mit dem Goodkeer FIA Truck Racing Championship. Wir konnten mit unserem langjährigen Partner Goodkeer eine Titelpartnerschaft vereinbaren. Das ist wirklich gut, dass eine solche prestigesträchtige Weltmarke investiert und an das Truck Racing glaubt. Die Winterzeit ging schnell vorbei. Wir sind hier, wo wir waren. Wir haben die letzte Saison hier in Misano beendet. Es ist ein interessantes Gefühl, die Saison zu beginnen, wo sie letztes Jahr geendet hat. Wir schauen nach vorne auf die Saison. Wir haben einiges vorbereitet. Wir haben den Truck in einigen Teilen feingetunt und wir denken, dass es wichtig ist. Ich bin hier absolut sicher, dass wir schneller sind als letztes Jahr. Es ist interessant und wir wollen gemeinsam um den Titel kämpfen und ihn verteilen. Hallo Jochen, ein paar schnelle Eindrücke vor dem ersten Rennen. Es war so eng in der Super Bowl. 0,051 Sekunden hinter Norbert Kisch. Du wirst hart auf der Bremse sein. Ja, das ist das erste Rennwochenende dieses Jahr und das erste Qualifying. Jetzt kommt das erste Rennen. Keiner kennt die Performance von Nobby oder mir. Das ist am Ende sehr knifflig. Sicher werden wir kämpfen und ich hoffe, wir kämpfen um den Sieg. Und dann startet auch die Saison 2022 in der ersten Reihe auf Pole Position Norbert Kisch. Daneben der sechsfache Europameister Jochen Hahn. Und so geht es auf die Start- und Zielgerade hier zur Eröffnung in Misano. Die Trucks reihen sich ein in der ersten Runde. Aber vorne geht der Kampf los zwischen dem amtierenden Europameister und dem sechsfachen Europameister Jochen Hahn versucht an Norbert Kisch dran zu bleiben. Sascha Lenz auf dritter Position, Adam Lazko auf der vier. Jochen Hahn muss allerdings dann erkennen, dass es schwierig ist, am Europameister vorbeizukommen. Und er lässt ein ganz klein wenig abreißen, während im Hinterfeld Theo Calvé versucht, René Reinhardt in Schach zu halten. Calvé, Reinhardt, Halm und André Cosim im weiteren Feld. Sascha Lenz auf dritter Position, währenddessen Antonio Albacete im T-Sport Bernau MAN versucht, an Adam Lazko im Bagheera Freitliner vorbeizukommen. Das hat er mehrfach versucht und im dritten Anlauf wird es ihm gelingen, geht innen rein. Lazko versucht zu kontern, aber letztendlich ist es Antonio Albacete, der sich gegen den Tschechen durchsetzen kann. Steffi Hallen ihrerseits versucht, einen Platz gut zu machen gegen Theo Calvé. André Cosim erwehrt sich den Angriffen von Shane Brereton und der Neueinsteiger in die Saison, José Rodríguez, am Ende des Feldes. André Cosim gegen Shane Brereton. Cosim hat das bessere Ende für sich und kann die Position entsprechend verteidigen. Jetzt der Angriff von Antonio Albacete und da kann Adam Lazko nicht mehr kontern. Er muss ihn ziehen lassen, währenddessen Steffi Hallen weiter hinter Theo Calvé festhängt. René Reinhardt mit ein wenig Abstand. Norbert Kisch zwischenzeitlich hat den Abstand zu Jochen Hahn deutlich vergrößert und fährt dem ersten Sieg im ersten Rennen 2022 entgegen. Calvé unter Druck von Halm, aber Norbert Kisch geht hier in die Zieleingangskurve und wird dieses Rennen gewinnen. Er sieht als erster die schwarz-weiß karierte Flagge. Jochen Hahn auf der zweiten Position und Sascha Lenz kommt im ersten Rennen auf der dritten Position ins Ziel. Norbert Kisch, der Europameister, bedankt sich natürlich bei seinem Team Revers Racing und ist jetzt im Interview. Du hast gesagt, du bist schnell. Wie hast du es hinbekommen, etwas Abstand zwischen dir und Jochen Hahn zu bekommen? Ja, es war tatsächlich schwierig. Im Qualifying war es sehr eng und Jochen ist sehr schnell in der ersten und zweiten Runde und sehr nah hinter mir. Aber ich schätze, er hat seine Reifen etwas mehr beansprucht und dann ist es ein wenig so gewesen, dass er zurückgefallen ist. Und dann sah ich, dass er nicht mehr so dicht hinter mir war. Ich schätze, er hat seine Reifen geschont und dann musste ich in den letzten drei Runden nicht mehr so pushen. Ich schätze, dass er nicht 100 Prozent in den letzten zwei oder drei Runden oder so war. Also, ja, ich glaube, es war eine gute Reifen. Stelle, Sascha Lenz im MAN, Antonio Albacete, Adam Latzko und Theo Calvé auf den Positionen 4 bis 6. Steffi Halm auf der 7, René Reinhardt auf der 8, 2 Ivecos auf diesen Positionen. Der Promotors Cup-Gewinner vom letzten Jahr, Shane Braverton auf der 9, Robinho auf der 10. Position. Auf der 2. Tafel auf der 11, Jose Rodriguez, Jamie Anderson auf der 12, Steffen Faas, Anthony Jannik und André Cosime auf den Plätzen 13 bis 15 und Clemens Hecker auf der 16. Position. Kabel Meister Du bist Sechster geworden nach dem Rennen und der Beste im Promotors Cup. Glückwunsch. Wie war das Rennen? Ja, danke. Es war wirklich ein schwieriges Rennen für mich. Ich hatte eine Menge Probleme mit dem Truck. Es war nicht leicht zu fahren. Wir haben verschiedene Modifikationen vorgenommen, aber es war nicht einfach auf der Ideallinie zu bleiben. Ich musste mich oft verteidigen im Rennen. Ich bin Sechster. Gutes Resultat. Erster im Promotors Cup. Der erste Sieg in der Saison. Ich bin glücklich und ich bekomme hoffentlich noch mehr Proferien wie diese. Im zweiten Rennen geht es im sogenannten Reverse Grid auf die Strecke. Das heißt, die Pole Position ist bei René Reinhardt. Der Achter wurde im ersten Rennen. Daneben ist Steffi Halm also eine doppelte Iveco-Reihe. Und der Start erfolgt. René Reinhardt kann sich schon ein bisschen absetzen, währenddessen Theo Calvé und Steffi Halm um die zweite Position kämpfen. Im Fahrzeug von Norbert Kiss sehen wir, dass der Europameister versucht, Plätze gut zu machen. Dann gibt es ein Sandwich von Steffi Halm zu Jochen Hahn und Norbert Kiss. Kiss kann sich durchsetzen. Steffi Halm sich vor dem sechsfachen Europameister Jochen Hahn halten. Dann ist Norbert Kiss hinter Sascha Lenz. Und Sascha Lenz, ein leichten Verbremser. Norbert Kiss versucht vorbeizukommen, gelingt ihm aber nicht. Stefanie Halm auf dem Weg nach vorne. Theo Calvé, Jochen Hahn vorbei am Bagierer Freitliner. Steffi Halm findet aber keine Lücke. René Reinhardt muss sich gegen Adam Lazko verteidigen, der aktuell auf der zweiten Position liegt. Und bringt dann den Reinhardt Iveco in führender Position auf die Strecke. Im Hinterfeld hat sich alles soweit einsortiert. Es gab keine größeren Probleme in den ersten Runden, sodass hier auch die Fights um die Plätze erfolgt sind. Dann hat sich Antonio Albacete ganz nach vorne geschlichen, kann die führende Position übernehmen von Sascha Lenz. Norbert Kiss versucht an René Reinhardt vorbeizukommen. Jochen Hahn findet eine Lücke an der Innenseite der Kurve, aber es reicht nicht. Er ist nicht weit genug vorne, um den Europameister zu überholen. Norbert Kiss hat die bessere Linie und verteidigt seinen Platz. Wiederum knabbert Norbert Kiss am Heck von René Reinhardt und wird versuchen, den Cottbusser noch zu überholen. Das gelingt dann von außen zunächst nicht. Dann gibt es eine kleine Berührung. Kiss muss etwas nach außen, hat aber die bessere Linie auf die nächste Rechtskurve und macht sich vorbei an René Reinhardt. Und Jochen Hahn nutzt die Gunst der Stunde und geht ebenfalls an dem Iveco-Markenkollegen vorbei. Antonio Albacete gewinnt, Sascha Lenz wird zweiter und Norbert Kiss kommt vom achten auf den dritten Platz in diesem Rennen 2. Der Gewinner, die Schacht Nummer 23 der MAN von T-Sport Bernau, Antonio Albacete. Herzlichen Glückwunsch, erster Sieg im Rennen 2 und es ist schon eine Weile her, dass du ein Rennen gewonnen hast, aber du hattest so viele Erfolge. Der 107. Sieg ist das insgesamt. Glückwunsch dafür. Wie hast du das gemanagt? Ja, danke. Es war eine lange Zeit ohne Sieg. Es ist sehr gut. Es ist das Reverse-Grid-Rennen, aber für mich ist es ein ganz normales Rennen. Es ist wirklich gut. Ich bin glücklich für mein Team. Sie haben einen sehr guten Job gemacht und arbeiten sehr hart. Der Truck ging sehr gut. Ich hatte ein bisschen Glück, dass am Start nichts passiert ist. Ich hatte keine Probleme. Also, sehr glücklich über diesen Sieg natürlich. Ich bin sehr glücklich mit diesem Gewinn, für sicher. Ja. Antonio Albacete zum letzten Mal im Jahr 2019 ganz oben auf dem Siegerpodest strahlt. Sascha Lenz auf der 2, zweites Podium und ebenfalls zweites Podium für Norbert Kisch, was sich auch nochmal in den Resultaten widerspiegelt. Antonio Albacete gewinnt mit 0,7 Sekunden vor Sascha Lenz und Norbert Kisch sichert sich acht Punkte auf dem dritten Platz. Jochen Hann auf vier, René Reinhard auf der 5 und Steffi Halm auf der 6. Iveco Power auf diesen Plätzen. André Cosim ebenfalls auf dem Iveco auf der 7. Anthony Janik auf der 8, Shane Brereton auf der 9. Und der Scania Pilot Steffen Faas von Tankpool24 Racing auf der 10. Position. Die weitere Reihung Theo Calvé auf der 11, Jamie Anderson auf 12. Position. Rossi Rodriguez auf der 13 und der Race by Race 3 war Thomas Robineau vom Team Robineau auf 14. Position. Wir haben lange auf die Saisoneröffnung gewartet und schon ist der erste Tag dieses Eröffnungswochenendes vorbei. Die Ergebnisse des Samstags liegen vor Rennen 1 und 2. Spannender, aufregender und ja, man kann sagen, typischer Truck Race Sport mit einem Norbert Kisch, der bereits wieder Maßstäbe setzt, mit einem Jochen Hahn, der im Angriffsmodus ist und mit einem Sascha Lenz, der ebenfalls vorne zu diesen beiden aufschließen möchte. Voll gefülltes Fahrerlager, die Fans sind da und das nach den Jahren der Pandemie. Wir sprechen mit Jochen Hahn. Wo siehst du beispielsweise Möglichkeiten Norbert Kisch zu überholen? Gibt es eine Möglichkeit in einer speziellen Kurve? Na, gestern im ersten Rennen gab es keine Chance zu überholen. Okay, zuallererst der Start. Zweitens, ich muss mit meiner Leistungsfähigkeit der Reifen ein bisschen besser haushalten. Vielleicht am Ende, okay, am Anfang oder am Ende. Wir werden sehen. was. Das war's. Das Rennen 3 steht auf dem Programm, die vorderen beiden Startpositionen sind gleich der im Rennen 1. Norbert Kisch hat im Qualifying und der Superpole wieder die Pole Position erzielt, Jochen Hahn an zweiter Position und auch die Bilder in die erste Rechtskurve in Rennen 3 gleichen denen des Rennen 1. Norbert Kisch kann sich durchsetzen, Jochen Hahn kann die Gelegenheit nicht nutzen. Sascha Lenz aus der Onboard sehen, wie er möchte, er Jochen Hahn angreifen. Das gelingt ihm aber an dieser Stelle nicht. Norbert Kisch verteidigt seine führende Position. Jochen Hahn auf der 2, Sascha Lenz auf der 3. So geht es in die erste Runde. Adam Latzko auf vierter Position und im hinteren Feld versucht, Steffen Faas den Lion Truck MAN von Anthony Janjek anzugreifen, aber der kann diesen Angriff ebenfalls kontern. Dann gibt es eine Kollision zwischen Shane Bramerton und Jamie Anderson. Dies hat zur Folge, dass Jamie Anderson dafür bestraft wird und weiter zurückfällt. Hier haben wir es nochmal von Smart Witness in der Auflösung und die Streckenposten sind natürlich bemüht, sofort die Teile von der Strecke zu nehmen. Steffen Faas immer noch im Angriff auf Anthony Janjek, der seinerseits versucht, den Ibeco von René Reinhardt zu überholen. Kisch, Hahn, Lenz, Latzko, Albacete. Das sind die ersten fünf und Stefanie Halm hat ein freies Rennen. Sie ist ein bisschen im Nirgendwo, möchte man sagen. Nicht, was den Platz betrifft, sondern sie hat im Moment keinen Druck von hinten und kann frei fahren. Dann sind wir wieder bei Steffen Faas. Janjek hat zwischenzeitlich Reinhardt überholt und Faas wird versuchen, den Ibeco ebenfalls noch zu stellen und sich um eine Position zu verbessern. Das ist der Dreierpack, der hier um die Positionen kämpft. Die Startnummer 66, Anthony Janjek, die 77, René Reinhardt und die Startnummer 24, Steffen Faas. Aber vorne, der Europameister mit der Startnummer 1, Balou, der geht nach vorne. Jochen Hahn muss abreißen lassen, währenddessen Antonio Albacete mit einer tollen Performance seines MAN versucht, an Adam Latzko im Baguera Freitliner vorbeizukommen. Das ist ein schwieriges Unterfangen, ist der Tscheche doch sehr gut unterwegs, hier in Misano. Aber dann gelingt es doch, dem dreifachen Europameister aus Spanien vorbeizukommen, sich einen Platz zu verbessern. Norbert Kisch gewinnt das zweite Rennen an diesem Wochenende. Jochen Hahn wird wiederum zweiter und Sascha Lenz verteidigt sich gegen Albacete ganz, ganz knapp, denn er hatte ein gebrochenes Kupplungspedal und das ist eine Leistung, die besonders anzuerkennen ist. Der Revesch MAN parkt hinter dem Schild mit der Nummer 1, zweiter Sieg für Norbert Kisch und die Fans sind natürlich auch begeistert. Ja, es war ein gutes Rennen. Ich hatte einen guten Start, einen guten ersten Sektor. Im zweiten Sektor hat Jochen ein bisschen attackiert, ich habe es verteidigt, habe die Tür zugemacht und die erste Position gehalten und ja, ich war ein wenig schneller, konnte ein wenig Abstand gewinnen und vorne bleiben. Es war schön. Ich bin glücklich, wir haben definitiv seit gestern einen Schritt nach vorn gemacht, besonders die Geschwindigkeit auf eine Runde in der Qualifikation. Die Renngeschwindigkeit war schön, ich bin zufrieden für das Team Reves Racing, weil sie machen einen richtig, richtig guten Job. Die Resultate im Überblick, zweiter Sieg für Norbert Kisch im dritten Rennen. Jochen Hahn, der sechsfache Europameister auf der 2, 4,6 Sekunden zurück. Sascha Lenz rettet den dritten Platz mit seinem Defekt. Antonio Albacete kommt nicht vorbei und landet letztendlich auf Position 4. Adam Lazco, Steffi Halm, André Cosim auf den Plätzen 5 bis 7. Der junge Franzose Theo Calvé auf der 8, Jose Rodriguez, der Portugiese, auf der 9 und Anthony Janjek im Lion Truck MAN auf der 10. Position. Auf der 11. Position. René Reinhardt, Steffen Faas auf Position 12, Thomas Robineau, 13. Position, Jamie Anderson, Shane Brereton und Clemens Hecker auf den Plätzen 14, 15 und 16. Wir kommen zum Abschluss des Rennwochenendes in Misano Adriatico. In der ersten Reihe im Reverse-Grid Theo Calvé auf der Pole Position, André Cosim daneben. Und wir werden beim Start sehen, dass der Don't-Touch-Racing-Iveco ein Problem hat und sofort vom gesamten Feld aufgeschnupft wird. Er fällt ganz nach hinten zurück. Theo Calvé kann seine Pole Position in eine Führung ummünzen. Sascha Lenz hat einen Bombenstart, bleibt ganz außen und kann sich direkt auf die 2. Position setzen. Wird allerdings noch von Steffi Halm etwas nach hinten geschoben. Aber Sascha Lenz versucht natürlich an Steffi Halm vorbeizukommen. Gelingt ihm auch, weil die Herrenbergerin einen kleinen Bremsfehler hatte und Sascha Lenz so auf die 2. Position nach vorne gefahren ist. Theo Calvé immer noch in Führung. Er wird natürlich versuchen, so lange als möglich vorne zu bleiben, aber hat natürlich mit Sascha Lenz einen der Big Ones hinter sich. Jetzt macht er einen Fehler, den nutzt der Omitzer, um in Führung zu gehen. Theo Calvé kommt in der Kurzanbindung zu weit raus. Steffi Halm kann diesen kleinen Fehler nicht nutzen, aber sie ist weiterhin auf der 3. Position. Und jetzt ist es Sascha Lenz, der die Führung hat. Stefanie Halm auf 2, Theo Calvé auf der 3. Und dann haben wir Adam Lazko auf 4. Position, Antonio Albersheter auf der 5. Und dahinter direkt das Paar Jochenhahn. Und Norbert Kisch. Sascha Lenz verteidigt sich nochmal gegen Theo Calvé. Der kann sich aber nicht durchsetzen. Währenddessen jetzt der amtierende Europameister etwas federn lassen muss. Es ist ihm eine Felge gebrochen. Er hatte einen Kontakt und das hat ihn eine Felge gekostet. Und deswegen konnte Norbert Kisch nicht mehr richtig performen. Shane Brereton geht an der Startnummer 1 ebenfalls vorbei. Und Norbert Kisch versucht in diesem 4. Rennen in Anführungszeichen Schadensbegrenzung zu betreiben. Er konnte halt mit dem weitwunden MAN nicht mehr vorne angreifen. Und so ist es dann Sascha Lenz, der mit seiner Nala hier schwingend ins Ziel kommt. Und der seinen ersten Sieg feiert. Das 4. Podium an diesem Wochenende für Sascha Lenz. Und hier haben wir die 3, die aufs Podium kommen. Sascha Lenz, Antonio Albersheter auf der 2. Und Jochen Hahn auf der 3. Riesenjubel bei SL Trucksport 30. Und natürlich bedankt er sich für die gesamte Arbeit am Wochenende. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben vorher schon gesprochen, dass dir das Kupplungspedal gewechselt werden musste. Es war besser zu fahren mit einem funktionierenden Pedal. Auf jeden Fall. Also hat jetzt alles funktioniert. Ein Lob an meine Crew. Die haben super Arbeit geleistet, ganz Wochenende. Ja, was soll ich sagen. Wir hatten einen sehr guten Start gehabt. Ich glaube, ich war nach der ersten Runde schon Erster gewesen. Der Steffi hat sich verbremst. Dann der Theo hier hinten in der Kurzanbindung hat er sich verbremst. Und ich konnte es die ganze Zeit ausnutzen. Bin dann ein ruhiges Rennen gefahren quasi. Hab dann natürlich die ganze Zeit versucht zu pushen, weil ich wusste ja auch nicht, wer kommt von hinten. Ja, im letzten Rennen war ja Jochen und Nobby auch etwas schneller als wir. Deswegen habe ich versucht, jede Runde gleich zu fahren. Und ja, am Ende hat es gereicht. Am Ende hat es gereicht. Sascha Lenz auf der 1, Antonio Albacete auf der 2 und Jochen Hahn mit seinem dritten Podium auf der dritten Position bei der Siegerehrung. Und auch für Rennen 4 haben wir nochmal für euch die Übersicht. Sascha Lenz, Antonio Albacete, Jochen Hahn dann auf vierter Position und Sieger im Promotus Cup. Theo Calvi, Steffi Halm auf der 5, Antonio Caniak auf der sechsten Position. René Reinhardt auf der 7, Shane Brereton auf der 8, Norbert Kisch mit Schadensbegrenzung. Zwei Punkte in diesem vierten Rennen. Jamie Anderson kann seinen ersten Punkt des Wochenendes ergattern und wird insgesamt auf der zehnten Position notiert. Dann haben wir noch die Plätze 11 bis 13. Clemens Hecker mit seinem neuen Scania auf der elften Position. Thomas Robineau beendet das Rennen als Zwölfter. Und José Rodríguez mit der Startnummer 14 auf der 13. Position. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017